Es ist Weihnachten und auch in diesem Jahr feiern wir wieder das Weihnachtsfest und wir werden jedes Jahr an die Geburt Jesu erinnert. Aber das Wichtige ist doch, dass wir Jesus im Herzen haben. Das Allerwichtigste, wichtiger als die Geschenke, wichtiger als das Fest selber. Es ist das Allerwichtigste, dass Jesus in unserem Herzen wohnt. Wie wunderbar ist es, dass Jesus gekommen ist. Zwar nicht in der Weihnachtszeit, aber das ist egal, er ist gekommen. Und lasst uns doch wirklich an ihn denken, wenn wir die Festtagsessen haben und wenn wir mit unseren Familien und Freunden zusammen sind. Lasst uns wirklich auch an Jesus denken, der der Grund für Weihnachten ist, der das Licht ist, das gekommen ist in diese dunkle Welt. Und er soll auch euer Licht, er soll dein Licht sein. Ich wünsche und wir wünschen zusammen gesegnete Weihnachten. Gesegnete Weihnachten.